Ja, grüß euch am Biobahnhof Ort. Wir produzieren damit unseren 56-Gemüllschof Mostviertlersch Hofkass in unserer hofeigenen Käserei und den können wir bei uns in Hoflauben kaufen. Unsere Produkte sind traditionell, aber wir sind nicht für gestern. Die sieht man einerseits an der Arbeitsweise mit unserer top ausgestatteten Käserei, aber auch an der modernen Architektur und am Erscheinungsbild, zum Beispiel mit unserem neuen Logo. Wir verarbeiten 20.000 Liter Schofmilch von März bis Oktober zum Mostviertler Schofkass, zu den Schofkasskugeln, zu unseren Schofjoghurt Natur und zum Melligendoller Salotkass. Wir benötigen eine Vielfalt an Räumen. Einerseits zum Produzieren für den Kundenkontakt, aber auch für erholungssuchende Menschen, die zu uns kommen. Und für das war uns ganz wichtig, eine regionale Bauweise zeitgemäß zu interpretieren. Wir vermieten zwei Ferienwohnungen, und zwar die rote und die grüne. Die sind ausgestattet mit Vollholzmöbeln und mit einer großen Sonnenterrasse. Unsere Ferienwohnungen sind Ausgangsbasis für Unternehmungen in die Göstlinger Alpen, und zwar zum Skifahren aufs Hochkar, dann Langlaufen auf Hochreit ins Männlingtal, dann haben wir das Sollebad nicht weit weg, den Ibstahlradweg. Und für mehr Informationen schaut einfach nach auf unserer Homepage www.biobauernhof.com. Bio heißt für uns Zeit haben für naturnahe und nachhaltige Produkte, Zeit haben für regionalen Vertrieb und natürlich Zeit für unsere Kunden.